ARD Text im Auftrag von Funk Hey, Luca, diese Schwasti Ich hab gesehen, wie auf die geschossen hast, deswegen Hast du gar nicht Oh, ja Ich find's nicht, ich find's nicht Oh, jetzt kommt... Nein, Fabi läuft falsch Ja, ne? Ja, warte kurz, elf Sekunden, dann weiß ich noch, wo er jetzt ist Oh, jetzt, jetzt! Oh, läuft! Oho Du bist so, mein... Ich weiß, wo er ist! Wir müssen keine elf Sekunden warten Ich weiß, wo er ist Meine Fresse, ey! Schießt dir mir alles gar nicht in die Witzgesicht, ey! Ich hab mal hier so in diesem Hangar rumrennen und dachte hier, wenn ich unten diese Panzer rumlaufen habe, wenn er mich auch gesehen hat, aber er ist nicht in diesen Gangreifen... Ey, Luca, ich weiß, wo der Traitor ist! Oh mein Gott, Alter! Eiskalt, ey, den Kopf geschossen, ey! Nein, 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 nein! Nein, du Nutte! Fabi stirbt auf den Aids! Nein! Oh, nicht schon wieder! Fabi, willst du eigentlich noch mit uns sprühen? Oh nein! 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 Ich stehe hier oben, ihr Affen! Ich geh den identifizieren Ja hier liegt ein Newton Launcher Ich hab den Newton Launcher Aber ich find die Leiche von Till nicht Ja wo ist die denn? Ich seh die nicht Halt die Fresse Der ist glaube ich in die Schublade Ich such die Leiche Ich such die Leiche Hier ist das Blut aber hier ist keine Leiche Ja komm doch her Perry hat den getötet nicht ich Du hast den mit der Granate drunter geschubbt Ich weiß nicht wo die Leiche ist Ich hab den Newton Launcher von dem Detektiv sagt was Der Detektiv ist auch runter gefallen Der Fabi will echt nicht mehr mit uns spielen Oh doch ich würde liebend gerne mit euch spielen Ich such die Leiche Aber Mooka find ich auch nicht Ich hab schon eine Leiche gefunden Irgendjemand ist grad irgendwo runtergefahren Ich hab schon Fabi Leiche gefunden ich hab schon mal den in der Ars kennert Ja hallo Fabi Fertig Alles der Mooka ist es Nein Doch da ich den Detektiv grad gefunden hab und den Ars kennert Macht jetzt ein Cowess auf Jetzt zum Maul Ja Mooka ist es so wie der Kicher da ausschaut Niemals Voll ich hab den Detektiv gefunden Hallo Und ja Das heißt entweder Till oder Matze. Matze, 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 der schießt auf mich. Harry ist es. Willst du nicht verarschen, Till oder Matze? Ich war schon tot. Ich fand's ja nicht riesen. Hauptsache Luca greift mich einfach ohne Grund an. So, das war Nummer 5 mit Discombo tot. Wieso springst du auch einfach nach unten? Alle Fabiens mit Combo abwerfen. Lass mal alle Discoms suchen und dann Fabien dahin laufen. Braumadition. Seine behinderste Tod überhaupt. Wirst du mal da reingehen? Ja, ich bin drinnen, guck. Wenn er grün aufleuchtet, werde ich's nicht. Guck, ich bin's nicht. Kaul dir nicht. Geh mal rein. Okay, warte, ich geh jetzt rein. Fabi, wenn du mich störtest, dann bist du ja hinterlichstes Stück. Ja, ja, ist okay. Da ist jemand gestorben. Okay. Fabi, jetzt geh da rein. Da schießen, AK! Na AK! Na AK! Er war Traitor. Nein, ich wollte grad schießen. Oh, man ey. Wischen wir jetzt? Oh, Detective. Du, 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 du. Ba 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 ba. Oh, dann kann ich ihn durch. Till ist es. Till und Fabi. Doch, 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 doch. Fabi hat mich geschossen. Fabi hat mich geschossen. Aber ich laber keine Scheiße jetzt. Klar, ich hab noch 98 Leben. Nein, du bist doch vollkommen heile, Luca. Kann ich mal was ausprobieren, Till? Wo bist du? Nein. Langsam reicht's mir, Till. Doch. Hat einer gestorben? Wieso? Doch, Luca ist es. Nein, ich bin die ganze Zeit mit Dezo hier. Ey, wer schießt auf mich? Fabi. Fabi hat auf mich geschossen. Wieso hast du auf mich geschossen? Ach, das ist gar eine Scheiße. Ich hab mir gar nicht die Golden Gange gekauft. Ja, komm hier, schieß auf mich. Wo bist du? Hier. Schieß auf mich. Schieß auf mich. Alter. Nein, ich bin's nicht. Dezo ist es, Dezo ist es. 100% Dezo ist es. Dezo ist es. 100%. Ich schwör's euch, Dezo... Nee, Dezo kann's nicht sein, Dezo ist Detektiv. Teller ist es, Teller ist es definitiv. Der hat gerade Luca nicht unterbrochen. Ihr Mistgeburt. Hauptsache, Dezo ist es. Äh, nein. Wie? Ich kann gar nicht sein. Ach, Dezo, ey. Wollte ich sagen, die ganze Zeit Luca ist es. Wer ist es? Aber keiner hört auf mich. Aber Perry hat die ganze Zeit gesehen. Ich hab alle solche Schüsse mit der Flare Gun Ghost gone. Falls ich überhaupt nicht schütze. Ich hab einfach immer der Crossbow voll Spaß. Ich wollte gerade Luca mit einer Golden Gun von Weitem töten. Da kommt Perry und schießt mich einfach... Tyrannymoo. Und ich denk mir so, warte, das war da Perry, oder? Ich drehe mich so um. Perry wird sowas niemals machen. Verstehen. Wird niemals Fabi instant hit... Oh, cool, ich spring jetzt mal runter. Tschau. Und 13 neben. Na, Muka? Fuck. Das ist fast... Fuck. Ich spür's dir. Hey! Oh mein Gott, du hättest sterben! Okay, komm. Sniperfight. Alter, ich hab da hinten festgehangen. Das mal. Hast du gedacht? Hab ich dich gefloxt. Oh, Deezu ey. Du bist ganz schön verwundet. Wenn ich dich jetzt töten würde. Oh, du Sau, du Sau. Okay, komm, komm, komm. Oh, du stürmst erst mal Deezu ey. Ah! Deezu, ne? Wär ich straight, dann wärst du schon lecker tot. Ah, du Schmaste. Ah, Johnny. Er auf. Er auf. Was? Jetzt er auf. Till ist es. Komm, Friendly. Friendly, ich hör auf, ich hör auf, ich hör auf. Ich hör ehrlich auf. Ich hör auf. Leute, Till war's. Till hatte eine Crossbone an. Ich hab ihn jetzt getötet. Oh, sorry. Hehehe. 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 Luka wird auch viel zu echt vermisst. Hehehe. 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 Wer war's? Hehehe. 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 Ich geh mal Till confirm, ne? Ich hab den gerade getötet. Ich hab aus Versehen. Nix gemacht. Find ich, ach Deezu. Perry, bist du es? Bist du es? Ich wollt grad sagen, wenn ich gut bin, ist es Deezu. Natürlich. Ah, Till war's. If nicht, if. Der besten Siling Crossbow von Till. Till. Nooo, ich lebe noch. Hehehe. 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 Ich weiß ganz genau, was du da verratest. Ich glaub einer... Bin übrigens safe jetzt, ne? Also, mich dürft ihr nicht töten. Außer ihr seid Traitor. Hehehe. Braucht jemand, äh... Ja, dann ist es entweder Perry oder Matze. Da Perry sich so mega hardcore in der Ecke verkämmt hat, bin ich mir ziemlich sicher, dass es Matze ist. Hehehe. Hehehe. Das ist Logik. Hehehe. Weil du immer weiter geschossen hast. Hehehe. Ja, aber du hast immer weiter geschossen. Ja, aber du hast immer weiter geschossen. Ja, ich hab gesagt, hör auf zu schießen. Dann fiel so weiter. Ja, ich hab doch... Ich hab auch gesagt, hör auf zu schießen. Und dass ich aufgehör... Dumm gelaufen, Till, wa? Ja. Jetzt kommt das Duell. Hehehe. 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 Mach nix, Perry. Vielleicht kommt ne neue. Hehehe. Havi, du scheisse Camper. Wieso Camper? Drei Runden noch, Perry. Ich hab dich... Ich hab dich einfach nur kurz beobachtet. Hab geguckt, was du machst. Hm, du warst irgendwie jetzt auf das scheisse Turm-Grau. Hehehe. Das stimmt. Aber ich bin da gespawnt. Ich wollte da nicht campen. Du bist gespawnt? Nein! Ich bin beim Tourm gespawnt. NEEEINNNN! Doch. Echt so. NEEINN! Wer war das? Ich war das. Passt nicht. Ihr Spiel später. Du auch? Also wieso schaltet Mucca und ich ist ein Trader? Mucca ist ein Trader, alles so. Mucca hat grad mit einer Frack-Granade auf mich geschossen. Gar nicht, hör mal auf damit. Bill, man. Das ist meine Leiche. Matze, ich bin's ehrlich nicht. Ich hab den Detective als Schuss tölt. Wen? Mucca hat Matze getötet. Nein, identifizier den, identifizier den. Wenn, dann hat Perry den getötet. Siehste, Matze ist tot. Der war bei dir, Mucca. Der war gar nicht bei mir. Perry, schieß mich an. Ja, weil du auf mich schießen willst. Ich verteidige mich nur. Das ist eine Lüge. Oh, danke Fabi. Der zuvorkommt. Na, hast'n doch. Ja, zum Glück. Geh den confirm. Geh den mal confirm. Geh den mal confirm. Geh desu noch? Ja. Wenn's nicht in dir beisetzt dich, dann kannst du desu sein. Warum kann das nur ich sein dann? Ich wurde von der Golden Garnade geschossen. Ich bin's auch nicht. Ich hab dich die ganze Zeit töten können. Ich war die ganze Zeit hinter dir. Haben zugeguckt auf wen du schießt. Dann hab' ich das Fass entdeckt. Ähm, Mucca? Hast du gar keinen Frag-Granade? Das ist untergefallen. Nee. Alles klar, Perry ist es. Okay, weil... Bei mir ist ein Frag-Granade. Direkt rum in der Nase. Exploriertest du und dachte ich, du bist Strat. Ne, ne, war ne Incendary. Oh mein Gott, ey. Jedes Mal fahre ich da irgendwo runter. Aber warte, warum beobachtest du mich, wie ich die Leute töte? Luca, wie du ja gestorben bist, wa? Du bist mal gemutet. Nein. Oha. Oha. Bitte nicht. Boah, das sieht ja übertrieben ein an. Hi. 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 Wie ja, der ist so ein Bob. Hi. 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 Fick dich. Hallo, geh fürs Weg. Geh du mir auf den Weg. Hi. 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 Yo, Till ist der zweite, Till ist der zweite. Der hat grad sich verraten. Till ist der zweite Traitor. Ich sag' doch, Luca, du Bob. Ja, du kannst nicht wissen... Du kannst nicht wissen, was passiert ist. Du warst nicht da. Ich. Till ist der zweite. Wenn, wenn ich Detective wäre, würde ich sagen, Till Kau ist. Hab ich dich gerade getroffen? Leute, das war nicht absichtlich. Nein. Bitte nur zeigen, wie ich bin. Das war wirklich nicht absichtlich. Was war passiert? Wir haben Luca getötet. Wir haben Luca getötet. Wir haben Luca getötet, währenddessen hat Till eine Bombe platziert und hat dann gelacht. Hallo. Hallo. Hier oben. Und da... Und... Und der hat... Luca ausgelacht, obwohl er nicht sehen hätte können, was passiert ist. Ist gar nicht auf dich. Esu, lebst du noch? Ja. Ich mit Esu hier. Es lebt Till ist der Traitor. Mein Gott, wo kommt noch mal Harry her? Yo Leute, ich hoffe das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da oder kommentiert das Video. Hier oben habt ihr jetzt nochmal ein DayZ Video und unten den letzten TTT Part. Haut raus.